Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 1 Arena Ja, Rumors work You might want to pay a visit a little northeast of here To the Rusty Helm, a slightly impaired person called Matt Alran may still be there Looking for someone to get some kind of update If you are looking to walk, it's not bad Okay, Nordöstlich Was das ist? Nein Etwas Nordöstlich Ja, wir haben hier die Herausforderung Wir müssen herausfinden, wie wir weitermassen Weil wir keine Quest haben Irgendwie nicht wissen, wo es Quest gibt Jetzt müssen wir den Rusty Helm finden Ne, das ist Waffen Oh, Moin Äh, Rumors? Waffen 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 aber er hat mir das hier wir sind da das heißt er muss irgendwo hier sein die taverne sind hier wieder das sind dann ich glaube dass dann wieder oder bist du die taverne you enter rare sundries rubbing your hands they are not warm them from the chill many items of interest hang on the walls and are displayed in the display case in front of you ok er scheint es nicht zu sein ich würde sagen wir speichern vorher bevor wir hier einfach reingehen aber das ist ein shop das war jetzt keine taverne das war ein shop ist du taverne? bitte sag mir dass du eine taverne bist tin drei ach kann ich trotzdem ä ä ä ä Ich würde jetzt wirklich gerne wissen, wo eine Taverne ist. Bitte sei du eine Taverne. Keine Taverne. Aber wir fragen den da. Ich weiß für ein Fakt, dass ich mein Name habe. Das ist Süd von hier, der grüne Golem. Jetzt etwas weiter südlich von hier, der grüne Golem. Äh, wo ist der hin? Äh, verschwinden die auch alle ganz schnell. Äh, hoppla. Moin. Ja, Work, Arbeit. Ich will wissen. Äh. Okay. Grüne Golem. Südlich. So, Rumors. Work. 12 East. Okay. Muss das hier hoffentlich die Taverne sein? Nein. Auch hier schöne Beteilzamen, die du musst. Also, für damalige Verhältnisse auf jeden Fall. Die Taverne! Die Taverne! Wie hat sie gefunden, die Taverne? Was hieß die Taverne? Äh. Green. Golem. Taverne. Äh, ich glaube nur Taverne wird reichen. Taverne. Dann wissen wir, wo das ist. Ich würde sagen, wir speichern aber vorher, weil... Laut Internet... Ähm... Kann es sehr oft passieren, dass man hier stirbt. Oder das Spiel einfach abspüren wird. Äh... Äh... On an overcast autumn day, like today... The Green Golem is very popular, and you can see why. It certainly lifts the spirits. Nice. Wir sind jetzt in... Wir sind jetzt in... In der... Taverne. Moinjen. Before you reach the bar, a figure called Mephsar signals to you and speaks in a... Conspirational whisper. Äh, they tell me you're called Max Deos. A viewer as tough as you look. I know a way for you to get a quick 30 gold pieces. This warped shield I have was supposed to be at... Kann ich nicht lesen. Äh... Kann ich echt nicht lesen, gerade. A few tournaments yesterday. And if it ain't thereby meters, second of half-fire, things could get real nasty. Someone there will give you your reward if you're at, äh, wie der was? A few tournaments on time. So we got a deal? Komm, ja, yes. Ich glaube, das ist der Team. You are my savior. Good lord. Good bye and good luck. Äh... Sneak into a room, get a room, buy a room, rumours. Now walk. Sometimes a lot hires adventures like you, but not... Äh... Keine Ahnung, was das heißen soll, das wird. Aber... Da gehen wir zur Crest, oder? Hier das First of Half-fire, also hier, dritter Ära, 189. You have agreed to deliver a Warped Shield to Uncertained Accountments by Midas, you have agreed to deliver a Warped Shield to Uncertained Accountments by Midas. Okay. Okay. Hey. 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 Warte mal. So sehen wir momentan aus. Level 2 sind wir. Level 2 sind wir. 59 Gold haben wir. Okay. Ähm... Wo haben wir die Waffenladen? Wo haben wir die Waffenladen? Ah... Okay, das heißt jetzt, wir müssten einmal für den Waffenladen einmal nach Norden, dann nach Osten und dann wieder nach Norden. Okay. Einmal Norden, Osten und wieder nach Norden. Äh... Ah, zu früh nach Norden, dann wieder Osten und hier jetzt Norden. Da müssen wir, glaube ich, ein Schild holen. Rare Suns Fabric. Ich glaube, das ist der Falsche. Dies hier, wir müssen ja einen anderen finden. Äh... Uncertained Accountments. Wir müssen einen anderen Waffenladen finden. Glaube ich. Äh... So. Das heißt, wir den anderen Waffenladen müssen wir... Ja, hier in Runde nur... ...nach Westen. Ein kleines bisschen nach Süden. Und dann Richtung Westen. Wichtig. Da ist mich stimmt. Müsste der auch gleich da irgendwann da sein. Warte. Ja... Jetzt nach Norden. Da haben wir den anderen Waffenladen. So, jo, haben wir gefunden, ein richtiger Album. Moin, you've been expecting you and the warped cheer, but I can tell you now I hadn't expected you to arrive on time. Good speed, I believe 30 degrees was the amount of time. So, you have agreed to deliver a warped cheer to Ankerthe, that's only a meter second. Also, you have agreed to deliver a warped cheer to Ankerthe, that's only a meter second. So, we're going to go back to Ankerthe. We're going to go back to Ankerthe. Where was the warped? Yeah, we're going to zoom in, and then to the Osten. What's the name of Ankerthe. Mir wäre es viel lieber, könnte ich das mit dem Controller steuern. Oder so. Wir sind jetzt zu weit an den Tavern vorbei. Ich gehe jetzt nach Osten. Ask about who are you? Javier Ulriksen thinks it's good not to come to talk to her. What can Javier Ulriksen do for her? No we don't need anything. Let's go. Devils, Giants, Green Dagger, Green Golem, Restless Castle, Rusty Helm, Unfortunate Birds and White Golem. That's easy, it's east for here. What's going on about Veneral? There's probably something going on elsewhere in Skyrim, but not here in Reach Curry Gate. Okay. So. Yeah, here again. Then over and then... So. We're back in the camp. So. Let's go to the guys. Green Golem. Let's go. erst am zweiten, also erst morgen, wir haben ja den ersten, um 4 Uhr 2 Uhr, äh, nachmittags, also weg zum 2 Uhr 2 Uhr ist gerade in dem Spiel, kann das sein, dass wir erst am 2 Uhr da antanzen wollen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir haben schon eine Kursuit, okay? Moin sein, umos, und wo? Ich habe nicht gehört über die Jobs, in einem Moment, sorry. Was mit dir, hast du gehört? Ah, okay. Heldig, mach's noch hoch. The bartender will be more than happy to help you, just move her to the floor. Okay. Ich muss aber ehrlich sagen, das Spiel hat was so für damalige Zeiten. Moin, du hast bestimmt Arbeit, oder? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du dich in den Waldstern bist. Du möchtest, du möchtest, um zu wenig nach dem Waldstern, um zu Hause zu vermitteln, um zu Hause zu Hause zu Hause, um zu Hause zu Hause. Du möchtest, um zu Hause zu Hause zu Hause, um zu Hause zu Hause zu Hause zu Hause. Und das ist ein bisschen imparant, als jemand, der Mad Alran, Wo wissen du? Wo wissen du? Ich bin Hanna Jogernissen. Kein Entschuldigung, honey, aber ich liebe sie nicht so viel. Oh man, du möchtest mit einer der anderen Frauen auf der Straße sprechen. Okay, 16 Uhr haben wir es ja in dem Spiel, also... Kann es sein, dass die ganzen Prostituierten da jetzt kommen? We looking for work? Well, that's just what we need. Another Prostituierten. Oh man, okay. Ah, okay. Moin, du hast bestimmt gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das dich interessiert wird, aber es hat eine Income-Protession. Das West hier ist der Rusty Helm. Das ist Westlich, okay. Westlich. Und dann? Rusty Helm. Noch mehr Prostituierte? Okay. Ähm. Warte mal, wie spät haben wir es denn? Die U23 und jetzt kommen schon komische Gestalten. Ach so, das hier ist... Die Taverne ist ja der Rusty Helm. Ich bin hier. Moin. We are about to go to the bar when a slightly impatient person called Matt Alron calls you to a table. You have a kindly case, Moin. And I need a friend. You see? I... Invitation of Sentimental Wolf to someone in the Impera's Openry Store. So, and now I find I must have it back. Would you get it for me? I'd be happy to give you 34 gold for its safe return. But I must have the invitation by Midas second of Fairfair. Do you have a deal? Oh, yes. You are my savior. Good north. Good bye and good luck. So, dann haben wir jetzt wieder eine neue Quest. Ähm. You have agreed to get a invitation from the Impera's Weaponry Store and bring it back to the Rusty Helm. Okay. Hallo? Ich frag... Ich frag die immer, wo ist denn... Ich glaub das hier war, das wird besuchen. That's easy. It's south west of here. Okay. Südwestlich. Okay, nee. Diesen Weg kriegst du. Ja, und dem kam ich nicht vorbei. Okay, okay. Interessant. Wo besser könnte sein? Oder? Sieht so aus. It is a bit strange this time of the year to get warmer weather, but new supplies of gear and armaments arrived at Fairfair's quality merchandise with the warmth to find a few useful items. Nee, ist der da? Nee, das ist der nicht. Wir sind hier falsch. Nee, falscher Richtung. Ähm. Ja. Südwestlich von hier. Ja. Da war doch jemand. Er kann mir sagen wo das bestimmt ist. Ah, da. Da ist es. Nice. Ah. Das. 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 So, da müssen wir jetzt wieder, hallo, ach so, das Spiel ist hänggeblich, ich laufende Gegende Wand. Warte mal, wo müssen wir jetzt wieder zurück? We have agreed to get the invitation from Rampira's Weapon Restore and bring it back to the Rusty Helm, by Midas. The Rusty Helm war nördlich, also Mornen, und dann ist wieder Osten, Osten habe ich gesagt. Und jetzt wieder Norden. Müssen wir jetzt gleich da sein? Ja, wir müssen uns um dieses Gebäude herum. Da ist es. Da haben wir's. Ja, du warst aus der Cloudy Outcome Day, in die Rusty Helm. Die Smell of Baking Bread pulling on you like a look. Moin, and you had picked up the invitation from Rampira's Weapon Restore. But I admit, I feared you wouldn't get it back here on time. This provides here your 34 gold pieces. I am very grateful. Thank you, noble Nord. You get the rule. Single, double suit, king suit. Was gibt's noch? Emperor suit. Oh. Ah, ich glaube. Oh. How many days are you staying? I will leave it then. One. It's the cleanest single in town, and it's just you have only 10 gold. Deal? Accept. Don't let anyone know, I am only charging you 10 gold. I have ruined my reputation. Alright? Yes. Okay. You have gained a level of experience. Nice. So, dann wollen wir mal... Ich glaube, Speed werden wir mal nicht weitermachen. Ich finde, wir sind schon sehr, sehr schnell. Gehen wir aber mal ein bisschen mehr hier rein. Intelligenz könnten wir auch ein bisschen brauchen. Und das würde reichen dann. Keine. So. Dann will ich jetzt aber reißen. Oh. Denn die Zimmer, die ich benutzen darf. So. Können sie gut benutzen. Ähm. Interessant. So. Jetzt will ich aber wissen, wo ist das Zimmer? Wo ist das Zimmer? Wo ist das Zimmer? Ne, das sieht aus wie eine Ausnahme. Oder haben wir schon... Ähm. Ist immer noch der erste Hektarfeier? Ich würde jetzt zu gerne wissen, wo ist das Zimmer? Ja. Und jetzt zu gerne wissen. Wo finde ich mein Zimmer? Wo finde ich mein Zimmer? Hallo. Ich muss ja auch nicht mehr so. Oder muss ich dagegen laufen? Aha! Ich muss da schon gegenlaufen. Okay. Ja. Was? Kannst du dann? Ich hoffe ja. Wir machen wieder zu. Wir machen wieder zu. Ich kann mich wieder zu machen. Ich glaube, das ist nicht mein Ziel. Oder muss ich so machen? Tempo dabei und halt Fanny Heald? Fanny Heald? Ich bin sicher, dass ein großer Wurm die Torm aus dem Haus in der Dramatische Heald und sich in der Lähe für sich selbst vermittelt. Ich wünsche nur die Exaktion. Vielleicht gibt es Sagen oder Schaalbe, die wissen. Einmal in der Dauer, der erste Stamm des Chaos ist. Ich wünsche dir gut. Ich denke, dass ich nicht so ausfüllen, aber ich kann etwas anderes in diesem Ort. Ich habe versucht, deine Identität mit einem Spell zu abschweren. Aber ich weiß nicht, wie gut es dir verhindert wird. Geh vor, weil Thar vielleicht zu suchen. Geh weiter mit den Glauben des euren König und meine Familie. Warte mal, ich bin healthy und immer noch. Ich habe aber auch keine Ahnung, also das Grüne wissen wir, ist Leben. Was das hier ist, habe ich keine Ahnung. Oder das hier. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos und Ciao! Ich bin's, wir müssen terugkommen, wenn wir das Jetzt nicht gegen die Freunden kommen. Wir haben ein paar Minuten mit dabei wartet. Wir sehenen, wie die Seine Spann. Ich bin's, wir sehen, wie die Seine Spann. Wir sehen uns bei der ganzen Spann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020